Man möge zu dem zuletzt viralgegangenen Video des österreichischen Bundeskanzlers, in dem er von Hamburgern als günstiges Mittagessen für Armutsbetroffene spricht, stehen, wie man will. Klar ist, dass diese Worte eine Debatte darüber entfachten, ob Armut in Österreich selbst verschuldet sei. Aktuell leben 17,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung in Armut. Das entspricht jedem fünften Kind. Die Salzburger SPÖ stellt neulich einen Antrag auf eine Kindergrundsicherung und bezieht sich dabei auf ein Finanzierungsmodell der Volkshilfe. Die ÖVP-FPÖ-Landesregierung lehnt den Antrag allerdings ab. Jetzt im So-Wochen-Kommentar. In Salzburg zählte man konkret 23.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in finanzieller Not. Durch die Teuerungskrise verschärfte sich die Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung. Existenzsorgen können das schulische Konzentrations- und Leistungsvermögen von Kindern stark beeinträchtigen. Erforderliche Nachhilfestunden sind für viele Familien nicht leistbar. Bildung, eine der wichtigsten Ressourcen gesellschaftlicher Teilhabe, wird somit vererbt. Dies wirkt sich im Übrigen negativ auf die späteren Berufschancen aus. Künftige finanzielle Nöte sind somit bereits vorprogrammiert. Menschen, die armutsgefährdet sind oder in akuter Armut leben, kämpfen aber keineswegs nur in finanzieller Hinsicht um ihre Existenz. Vielmehr hat ein Mangel materieller Ressourcen auch Auswirkungen auf das soziale und kulturelle Leben und die Gesundheit. Besonders Kinder leiden unter sozialer Benachteiligung. Auf sportliche Freizeitaktivitäten oder Kindergeburtstage etwa muss häufig verzichtet werden. Außerdem kann die Ausgrenzung und der hohe Existenzdruck der Betroffenen nachweislich zu chronischen Krankheitsbildern führen. Auf Basis einer sozialwissenschaftlichen Erhebung entwickelte die Volkshilfe deshalb ein Modell zur Kindergrundsicherung. Das Finanzierungsmodell basiert auf einer österreichweit durchgeführten Sozialforschung und soll eine treffsichere Grundlage zur Armutsbekämpfung garantieren. Das Hilfspaket soll sicherstellen, dass kein Kind mehr in Armut leben muss. Bis zum 18. Lebensjahr würden alle einen Betrag bekommen, der die Erfüllung von Grundbedürfnissen sicherstellt. Die Höhe des Betrags variiert je nach Einkommen der Eltern und liegt durchschnittlich bei 343 Euro. Eine Bekämpfung von Kinderarmut bedeutet gesündere und besser ausgebildete Kinder. In der Zukunft heißt das weniger Krankenstände und Arbeitslose. Umso unverständlicher ist es, dass die Salzburger Landesregierung das Modell der Kindergrundsicherung im Landtag ablehnt. Die Versäumnisse in der Familien-, Sozial-, Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik sind Auslöser der hohen Armutsrate. Armut in Österreich ist nicht selbst verschuldet. Deshalb kann jetzt mit der Petition der Volkshilfe zur Kindergrundsicherung eine verantwortungsbewusstere Politik gefordert werden.